Ich engagiere mich in der Mitbestimmung deshalb, weil das was mit meinen Grundüberzeugungen zu tun hat. Man könnte auch sagen mit meiner inneren Wertekarte, wenn man so will. Ich glaube, wenn einem Anliegen wie Menschenwürde, Solidarität, fairer Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg, wenn einem solche Dinge wichtig sind, dann ist es wichtig, sich auch dafür zu engagieren. Ich glaube, dass nicht die Umgebung, der Markt sowas regelt, sondern dass es der Einzelne ist, der sich auch für diese Ziele einsetzen muss, engagieren muss, der dafür kämpfen muss. Ich glaube nicht, dass da ein Like aus der Ferne reicht, um die Bedingungen zu ändern oder im Sinne unserer Kolleginnen und Kollegen zu erhalten.